Hallo, wie immer an allen Heimspielen ist natürlich der Kölschwagen geöffnet. Gleich geht's los, hoffen wir, wir nehmen drei Punkte mit und den Kölschwagen, falls ihr den mal haben wollt, kann man natürlich mieten für alle Dorffeste, Stadtfeste und so weiter. Meldet euch bei mir im DJK-Sportheim und dann bekommen wir was hin.